Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Resident Evil 5. Wie versprochen machen wir hier nahtlos weiter und öffnen die Türe. Und dann gucken wir mal, was passiert. Altmodisch noch. Wir werden über die Türe öffnen. Komm her, komm her! Sehr gut, Scherber. Ach, Verliebten kommen sie auch, oder was? Das war es so. Ah, man, was das so? Oh, nein. Ah, nein! Ah, nein. Du bleibst schön in der Linie. Oh, da muss ich mal das kleinste... Das kleinste Paradies des Moons. Das hast du doch nicht gerade nach uns geworfen, oder? Oh! 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 Haha! Oh! Ich weiß gar nicht, wo genau ich lang muss. Oh! 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 Ich hab's mir jetzt schwerer vorgestellt. Hört. asiht. Nichts für das. Ja, da müssen wir jetzt gleich rein. Aber vorher, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier an der Decke noch was war. Ich bin mir da sehr sicher. Oder das war woanders. Und von hier kommen wir. Ah, für eine Kiste. Ob Geld drin ist, bin ich gerne bereit, mal einen Schritt zu gehen. Hier war jetzt nichts mehr. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Adam, hab ich mich wohl betäuscht. Dann müssen wir hier jetzt wieder hoch. Dann waren wir doch richtig. Da springen wir genau. Erwartet mich die Schlange? Nein, da war er nicht richtig. Da oben war ich. Nee, hier nicht. Ich könnte schwören, dass das hier war. Ha! Ich wusste es. Jetzt geht's mir besser. Jetzt können wir weiterschieben. Jetzt geht's mir besser. Kein Emblem mehr. Nach oben, bitte. Oh, nee. Schieber hat kaum noch Munition. Ja, ich will das jetzt ungern verschwenden. Aber... Gib mir eine Grenade. So, wie machen wir das jetzt? Hm, nee. Obwohl, Moment. Wir tauschen. Tauschen eben das. Dann kann ich nämlich das mit dem kombinieren. Dann kann das, Mensch. Ja, da geht's mal. Oh, ja... Das ist ja... Das ist ja auch. Das ist ja... 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 Oh, shit. So you must be Irving. Wow, perceptive, aren't you? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Or, how about you drop yours? Hurry. Suckers! Oh, shit. Great. Looks like Irving has a partner. There must be something here he didn't want us to see. What is it? Look at this. The oil field. That's in the marshlands. Delta team, Chris here. We located Irving, but he got away. Do you know where he went? We think he's heading for an oil field in the marshlands. Okay, I'm saying there's the one after him now. I need you two to head back, can you see? Roger that. Ooh, yeah. It's close. It's close. Oh. Nee, da möchte ich eigentlich nicht rumfahren. Das ist ein Fischforscher, das ist ein Fischforscher. Oh. Oh. Oh, da schieße ich direkt schon mal drauf. So, da sind die anderen. Ach, da. Oh, ein Schatz. Oh, da schieße ich. So, 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 da schieße ich auch. So, da schieße ich. 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 Er will einen Diamanten nicht durch. Er will einen Diamanten nicht durch. So, dann wäre man auch geklärt. So, alleine geht das nicht. Ach ja, hätten wir diesen Ansturm auch geschafft, jetzt wollen wir noch mal gucken, was wir so alles fallen gelassen haben. Oh, das liebe ich jetzt schon. Okay, das gebe ich dir. Das gebe ich dir auch. Das. Ne, ausrüsten, kombinieren, nee, ich möchte Lenngranate tauschen mit dem. Wieso kann ich das nicht? Ja. Ach, weil ich das ausgewählt habe. Haha. Tauschen. Danke schön. Ich wollte schon sagen. So. Wir sind am Bahnhof jetzt gewesen, haben hier alle platt gemacht und ich würde sagen, jetzt machen Chris und Sheva eine kleine Pause. Ich bedanke mich für's Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.